So, hier war nur das, oder? Sieht so aus. Sieht nicht nach einem Eingang aus. Ich komme mich auch nicht lang. Ich hätte noch mal wüsste, wie das war. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht mehr. Ah, ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, jetzt weiß ich es wieder. Ich weiß, ich weiß es wieder, ich weiß es wieder, ich weiß es wieder. Ich weiß es, nämlich, nämlich. Handheb, Handheb. Steini, steini, steini. Fährst du mir jetzt richtig? Weiß ich jetzt gerade nicht. Du fährst mir falsch. Du fährst wrong. Einsteigen, bitte. Und jetzt, volle Kraft. So. Stirb. Gut, da komme ich nicht durch. Jetzt kommt gleich noch so eine Art... Oh, da ist noch was. Da ist noch ein bisschen Zeugs. Vielleicht so eine Art Mini-Boss-Fight. Ich hoffe, ich überlebe den. Der ist so ein richtiger Kotzbrocken jetzt. Ähm, da. Der da, der Panzer. Ich blockiere es mir halt durch den Weg, mein Freund. Äh, da komme ich... Wieso soll ich da so rüber? Ist doch stumpf. Orientiert irgendwas zu tun, aber ich habe keinen Plan was. So. Dann füttern wir dich mal. Sag, dann füttern wir dich mal. Du warst auch total assig. Hier ist der, der trifft einen an. Komm her, du Drecker. Wehe. Das war so klar. Ja, super. Jetzt bin ich gleich tot. Das macht ja auch Spaß. Ja. Was willst du tun? Ich glaube, da muss man ihn treffen. Oh Gott. Oh Gott, nein. Lass mich doch in Ruhe. Eindeutig. Ich glaube, man muss ihm denn... Kann ich nicht auch einfach abhauen? Nein, 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 nein. Bummerman, bitte. Du verfickter Pisser. Nein. Fahr mich nochmal über. Ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Ich mache das jetzt ein bisschen schlauer. Ich werfe die mit Angol da rein. Falls ich das hinkriege. Damit ich nicht selber getroffen werde. Was ja auch so sozial ist bei dem Gegner hier. Mann, ich kriege das nicht hin, ey. Können Sie mal warten und... Okay, dann kriegt er jetzt nicht. Ey, das da wieder reinzutreffen, das ist ja... Danke. So. Komm, ihr da reingern. Ja, dann hallo. Ich bin Trecker. Trecker, fuck. Ich mache keine großen Bomben mehr. Ich habe jetzt gelernt, dass das nichts bringt. Okay, aber ich weiß, dass man jetzt mal hinter ihm... Was? Ist das ein schlechter Witz oder sowas? Ich bleibe jetzt immer hinter ihm. Kann er mich machen, ey. Ja. Vielen Dank, dass man treffen kann, ey. Hallo, die ist doch... Wie soll man den denn besiegen, wenn die nicht reingehen? Ihr müsst ein Bossfight auch schon möglich machen, ne? Ist schon klar. Ja, komm. Alter, da werde ich jetzt hier nicht mehr wegkommen. Komm hier nicht weg. Ich fahre gleich wieder rückwärts. Pass mal auf, ich fahre gleich wieder. Was? Ne. Ich dachte, er fährt jetzt seitwärts. Ich habe mich jetzt bei diesem Wichser immer schon auf Abstand. Oh, der regt mich auf. Wie soll man den denn kriegen? Sieht aus. Warum verpüße ich mich nicht einfach? Ey. Man kann auch übertreiben, wisst ihr? Ey. Ne, ich hole mir jetzt erst mal das Leben da hinten. Ach. Wir blockieren hier die Mauer. Auf einmal eine schöne Mauer. Ist klar, ey. Sterbe ich jetzt nochmal? Mache ich den Krug nochmal? Die geht doch nie rein! Ey, wie asozial ist denn das? Wie asozial muss man sein, um so eine Kacke zu fabrizieren? Warte, ich gehe jetzt ein bisschen strategischer vor. Fernzündbare Bomben bringen mir eh nichts. Also kann ich auch Keime annehmen. Nehme ich wenigstens halben Schaden. Hm, ich fahre rückwärts. Ich kann rückwärts fahren. Ich bin behindert, ey. Komm. Piss dich. Hallo? Ich hab ihn nur berührt. Bomberman. Sogar die Musik. Der Musik ist da schon zu doof jetzt. Danke. Wenn er gleich wieder zurückfährt, mache ich Schluss vor heute. Dann bin ich einfach mehr. Da, die geht doch nie rein! Ey, hallo! Wie soll man das denn machen, wenn die nie reingeht? Hört mal, Leute. Bitte! Wie soll man den besiegen, wenn die Bomben da nie reingehen? Oh, ich hab ihn gemacht. Was mach ich denn? Was ist denn jetzt? Nein. Kein Bock mehr, ey. Ich mach den Kack jetzt nicht zum dritten Mal, ey. Ich mach den Kack jetzt nicht zum dritten Mal. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Das war's für heute. Ja, Leute. Tschüss!